dann schauen wir jetzt mal was als nächstes einen Reinhardt schon ein bisschen später rier еrge okl 1 also schon das erste Mal sind die auch gelägt die dies calidad hat man mich da zwar schon hat, aber schauen wir mal, gleich kann ich mich noch mal richtig aufregen. Wir machen mal so ein Sprint hier, so einen, wo ich mich ärgern kann. So, dann bringt ja auch alle ein bisschen Geld, ne? Und dann nicht mal ein perfekter Start, das heißt, da habe ich schon die Arsstrache gezogen. Die Jungs sind erst mal weg hier. Tschüss Koppels. Und es regnet schön, wie schön. Es regnet. Wackt er ja schon lange nicht mehr. Ja, aber nicht mehr. Auch wenn Spektakulier aussieht, aber stehen wir nicht mehr. Ja. Ja, aber okay. Sehst du schon, den kann ich auch erst mal knicken hier. Der wird nichts mehr. Ja, natürlich. Ich, steh mir doch vor dem Auto rum, du Arsch. Ah, was soll denn so ein Piss hier werden, wenn es fertig ist? Ja, ich weiß nicht. Ihr habt alle eine Klatsche, ey. Ja, da brauche ich eigentlich schon ja nicht mehr fahren, oder? An der Seite, da brauche ich schon nicht mehr fahren. Das schaffe ich nicht mehr. Oh, Mann. Backenherger, ey. Nicht mal mit hier durchfahren hier noch. Okay, das war's. Nur Zweiter. Puh. Okay, also. Once again, please. Peace. Ah, ob mir der perfekte Schlag jetzt nützt. Brauch's ja nicht, aber gut. Wir probieren's mal. Hoppala. Da war der unsichtbare Tank. Sehr schön zu tun, sowas. Eigentlich können wir den Spaß jetzt schon wieder abbrechen. Schon weil, fangtankt. Da tut mich nix mehr. Ja, natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse es. Ist irgendwie mein zweiter Satz? Ich hasse es, oder? Aber es geht daran, dass ich es wirklich hasse. Soll ich mir so ne Kacke hier. Ja, jetzt stehen wir noch am Weg, du Penner. Natürlich. Trämmst mich doch mal aus, du Sackgesicht, ey. Ihr habt doch ne Klatsch ab hier. Madre Dios. Na so ne Scheiße schon wieder hier, ey. So. Das war's dann schon wieder. Boah, ich kann nicht mehr weiterfahren. Leider. Jetzt pack der noch mal sein Unitro aus. Oder sein Flugzeugbenzin, oder weiß ich nicht, was er hat. Und dann schießt er noch mal vorbei. Oder schafft er doch nicht mehr. Mann. Junge. 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 So. Hör zu. Die Leute reden. Ich weiß, dass es nicht stimmt, aber sie sagen, du arbeitest für die Cops. Beweise ihnen das Gegenteil. Ich kümmere mich um die Schwätzer. Okay, Rock. Verrat mir, wie ich das machen soll. Aber ist schon okay. Äh, was? Nein, nicht löschen. Hallo. 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 Nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Einfach nur raus da. So. Ja. Puh. Rennen. Wie viel haben wir denn überhaupt? Drei, ne? Jawoll. Also zwei muss ich auf jeden Fall noch. Da schaue ich doch mal. K.O. Wenn. Na kein K.O. Wenn. Okay, wir machen nur noch so einen. Kann doch in Ordnung gehen. Wenn. So. Oder auch nicht. Ob wir zu meinem Jugendlichen Leicht sind, dass es um Ordnung geht? Aber wo ist es jetzt die Fahr-Halbwegs? Dann geht es dann auch noch. Da ist ja mal ein bisschen Schein in der Hand, ne? Wird es allen nix, wenn man nicht fahren kann? Morik zum Beispiel! Mann, ja natürlich! Wieder zu blöd, hier die Ecke zu treffen! Hammer! Obwohl, da ist ja meine Treffe-Ecke, aber leider nicht falsch! Oh, da gibt es so Strecken, die sind richtig anstrengend! Oho! Yebeerah! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja... Ah, lang, hallo! Andi! Ach ja, ich wollte wieder eine Kurve machen gerade so. Aktienwege, okay. Du hast anscheinend ein bisschen Sprit gespart, mache ich den Pakistan-Junst ja. Jawoll! Die Jungs haben gerade da gefehlt. Glücklicher Code 6, wir nehmen die Verfolgung auf. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Nee. Machen wir die Augen auf. Echt? Hä? Ob das glaubst du da nicht, willst du nicht mehr? Ich werde das auch tun. Wir haben alle Straßenwarnungen, wir haben eine kurve Verweichungsaufgabe. Beide Einheiten bitte umlaufen und die Verkürung halten. Und gleich nicht mehr wieder sehen lassen. Das ist ja ein Ager, oder? Sagen wir mal ehrlich, das ist ja ein bisschen Ager wichtig. Und gleich haben sie ihn wieder. Ja, Mann. Ui, jawoll. So, jetzt müssen wir noch die Kops wieder loswerden. Das dürfte aber auch nicht so ein Problem sein. Ja, mach mal. Versuche mich mal wieder zu finden. Ja, statt einer. Macht nix. Ja, ist schon okay. Da ist noch einer, okay. Ja, du setzt dich vor mich, okay. Kannste gern probieren. Schauen wir mal erst, ob du schaffst. Warte, hier sind drei Polizeiwagen am Arsch. Okay. Okay. 6.20, bitte meldet eure aktuelle Lage. Ja, mach mal. Danke allen, ich bin gerade seitlich gerannt worden. Berichtigerer Beise ist wichtig. Setze TN 87. Okay. Okay, aber kann ist ja nicht. Wir sind ja nicht weit gekommen. Alle Einheiten im Umkreis. Jetzt wird sechs Verdächtige. Oh, ja scheiße. Ja, schickt mal alle her. Ja, schickt mal alle her. So, perfekt. Da war schon der nächste Verfolgungsstufall. Reicht. Hoppala. So, jetzt heißt es rufen. Und... Fahrzeug ist entkommen. Sieht an, alles ab. Nur Charlie Künzpin. An alle größere Einheiten. Bleibt auf Empfang. Lern und schnell. Ja, hier verstecken wir uns. Na, da geht das auch nix. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Huuuuh. Jawoll. Das war doch schon mal wieder was. Die Aufklärung des Sektors im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Einsatz ist weiterhin kurz sechs. Zielpositionen eventuell anpassen. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. Okay, und ihr auf eurem.